Zwischen dir und deinem Erfolg steht nur eins, ein negativer Gedanke. Du bereitest dich auf dein Ziel vor. Du hast deinen Erfolg anvisiert. Du hast das Gefühl, dass du es schaffen kannst. Du startest durch und strengst dich an. Doch dann zweifelst du an dir. Negative Gedanken kommen auf und stellen sich zwischen dich und deinen Erfolg. Ich kann das nicht. Ich bin zu schwach. Ich bin nicht gut in Mathe. Und du gibst auf. Doch du besitzt das Potenzial, dein Ziel zu erreichen. Alles, was du tun musst, ist, sich von dem negativen Gedanken zu befreien und ihn durch einen positiven auszutauschen. Ich kann es schaffen. Ich bin stark. Ich kann und werde Mathe meistern. Steh wieder auf. Setz dich wieder an deinen Schreibtisch. Mach weiter. Keep going. Nur wenn du aufgibst, hast du verloren. Egal wie schwer die Herausforderungen sind, du raffst dich wieder auf. Du hältst durch. Du versuchst es erneut. Du wächst mit jedem Fehlschlag und wirst stärker. Kein Rückschlag kann dich aufhalten, denn du weißt, wofür du lernst, wofür du trainierst, wofür du lebst. Auch wenn keiner mehr an dich glaubt, machst du weiter. Du gibst jeden Tag dein Bestes, dein Allerbestes, bei jeder Aufgabe, bei jedem Satz, bis du es schaffst und als Champion deinen Sieg feierst. Tausche negative Gedanken durch positive und keep going. Der Zweck hinter dem Keep going Armband ist, dass du negative Gedanken durch positive Gedanken ersetzt. Und das schaffst du durch folgendes Ritual. Immer wenn auf dem Weg zu deinen Zielen ein negativer Gedanke auftritt, dann ziehst du das Armband aus, schaffst damit eine gedankliche Unterbrechung und ziehst es auf der anderen Armseite wieder an. Und ersetzt den negativen Gedanken durch einen positiven. Zum Beispiel, ich kann es nicht schaffen, Armband Wechsel, gedankliche Unterbrechung und dann der neue positive Gedanke, ich kann es schaffen. Und wenn du das konditionierst, deckst du negative Gedankenmuster auf und wirst diese durch positive ersetzen. Das Keep going Armband ist ein Geschenk von mir an dich, damit du deine Ziele erreichst. Ich übernehme die Kosten für das Material, die Herstellung und den Druck und du musst nur noch den Versand und das Handling bezahlen. Klicke jetzt hier auf den Link, dann kannst du dir direkt deinen Keep going Armband sichern. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß damit und Erfolg auf dem Weg zu deinen Zielen.